Oh mein Gott, ich hab die Spass, Junge, wie geil! Moin Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum neuen Video. Heute ist es endlich soweit, es kam der Trio Late Game Arena Modus raus. Nach ersten Schwierigkeiten, den Modus rauszuholen, hat Epic Games es aber doch noch geschafft am Abend den Modus rauszuholen. Ich bin direkt einer der ersten gewesen, der diesen Modus gespielt hat. Wie ihr schon im Intro gesehen habt, die Spass, die Scar und so viele andere OG Waffen sind zurück. In diesem Video haben Alvi-Graphics nicht einfach nur Final Fantasy gespielt. Es war nichts besonderes, es gab keine Challenge, wir hatten einfach nur Spass, es war spät am Abend, wir hatten einfach nur Bock auf diesen Modus. Hier sind ein paar Highlights zusammengeschnitten, ich hoffe euch gefällt das Video. Wenn euch diese Art von Content gefällt, würde ich mich mega, mega doll über ein Abo auf diesen Kanal freuen. Habt ihr noch gerne einen Kommentar unten drunter, was wir als Challenge machen sollen, weil durch dieses neue Trio Late Game Arena kann man natürlich sehr, sehr viele neue Challenges machen. Wenn euch da eine einfällt, gerne auch damit ab, damit unten in die Kommentarsektion. Und wenn ihr mich noch weiterhin gerne supporten wollt, gerne Creator mit Jonsi im Itemshop eintragen, würde mich auch mega supporten und freuen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Abfahrt! HLR oder Hamasca? Die sind auf mich, auf mich, auf mich. Die sind krank, die sind krank, die sind krank. Die sind krank, die sind krank, die sind krank. 80 White, 80 White. Ja, ok, komm, Graphics. Alvi, ich bin bei dir. Sprinte, Harland Sprint und Slide. Big Slide. Ich baue drüber. Harland Sprint. Geh mal hier auf High. Crank jetzt, Mann. Ok, ich bin noch in High. Also Halb. Ja, mit Metal bitte. Ey, schon klar. Hier, äh, guck, ist das hier in Fimo. Ja, Top. Ja. 50? Hm, warte. Oh mein Gott, er ist in mir! Digga, ich droppe runter, ich droppe runter. Ja, Digga, du müsst runter droppen. Kommt hier runter? Kannst du splashen, ich habe vier Splashys, Digga. Okay, nice. Ich splash voll. Ich bin gleich hier. Das ist ein ganzes Platz. Nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Ich baue Biggie. Chill, halte. Warte, ich laufe einfach faul, Digga. Ich laufe faul, ich laufe. Cracked? Oh mein Gott, Digga. Aber ich bin komplett vor... äh, ahead. Ja, das ist gut, ich bin bei dir. Ich habe noch 200 Mats. Ich muss Minis poppen. Hier, um mich, um mich. Keine Wall, die wollen hier rein. Ja, perfekt. 100? Ich bin dead. Nice. Oh. Nice. Was ist? Spray? Ja, ja. Ja, ja. Ich habe keine Pappen mehr. Alles, alles Solos, außer ein Duo. Ich weiß nicht, ein Typ mit dem P rein. Echt so unter dir. Alles Solos, außer ein Duo. Du bist wahrscheinlich auf Heide. Du musst jetzt in deinem... Solos, Solos, Solos. Ja, nur noch Solos. Ja, das ist... Probiere irgendwie High zu kommen, Jonas. Und dann kannst du alles sprayen. Bist du High, bist High? Guck, guck, guck. Ja. Nice, jetzt spray einfach alles, was du siehst. Halt, ich mach so Spiegel poppen. Du musst aber noch ein bisschen rein. Du hast noch 500, äh... Schein. Du hast gewonnen. 100%ig gewonnen. Du musst einfach nur sprayen. Du hast komplett viel Immunie. Der wird gleich hochflasern oder so. Der hat gleich Finaments. Das wird ja nicht Metal-Boot-Ball flasen. Guck, wirklich sprayen jetzt. Wer noch? Let's gooo! Let's gooo! Let's gooo! Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das noch gewonnen hab, Junge. Ich weiß es nicht. Bei bestem Willen nicht, Digge. Ich bin nicht gut. Hm? Ich bin nicht gut. Ja, ich dropp die Hälfte. Ich hab bloß... Hier, pass auf hier unten. Komm mal hier unten. Den holen wir uns. Oh mein Gott, Digge. Ich hab den so gebollet, Digge. Wir haben gefinished für dich. Ich bleib oben, okay? Hol die Immunie und komm hoch. Pad. Pad wichtig. Komm hoch, komm hoch. Ja, das ist gut. Aber dann low, oder? Ja, ja. Ja, mach. Okay, let's go. Wir landen hier vorne. In dem Schein, ne? Ja. Ja. Auf dir. Einer nur. Cracked! Ja, der ist hier. Ja, sag ich doch. Auf dir. Ja, ich wusste ja nicht, dass es in der Wall ist. Das ist eng. Das ist schon mal alles. Was siehst du jetzt? 44. Cracked. 44 wide, 44 wide. Hast du. Ja, hab ich nicht, hab ich nicht. Und unten, unten. Strain, Strain. Cracked. Ja, ich bin oben. Ja, die fallen, die fallen. Einer fällt. Ist das? Ja. Hier drin Rift. Rift. Ja, okay. Ich bleib oben, ich bleib oben. Bist du reingekommen? Na ja. Na gut. Bleib einfach oben. Ähm. Wir können auf die hinten High droppen. Die werden gesplieft. Der hinten geht hoch. Drop up High jetzt, Drop up High jetzt. Auf den hier vorne. Ja, Drop up High. Ah, drauf. Jetzt geh hoch, Leier hoch einfach. Weil die Hintern nervt uns sonst. Ja, er ist da. Bin auf High, bin auf High. Ja. Der braucht High. Ich bin in den Zoom, auf High. Ich bin in den Zoom, auf High. Es ist nicht. Es ist eine Spiel, eine Spiel bei mir. Ja, der mit mir kommt die ganze Zeit mit. Nein. Der D droppt einer runter, der ist gestoppen. Komm runter, komm runter jetzt. Ich geh mit Bouncer runter. Der macht das. Bleib du oben. Nein, nein, nein. Ich geh auch weiter. Jetzt trainen wir den einfach. One shot. One shot. Nice. I do. три, zwei shot. Three shot. All right. Cracked. Cracked. 17. Cracked. Quer die nochmal aus, den. Let's go, let's go, Alvi, let's go! Hinter uns, hinter uns. Komm raus, komm raus. Ich bin in one, ich bin in one. Weg, 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 weg. Das waren zwei getrennte. Nicht aufmachen, ne? Jetzt nicht aufmachen, bitte. Ich hab ihn voll-paste. Cracked. Woll, ins Spiel. Mach auf jetzt. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, nice, nice. Finish ihn. Pass auf an meiner Wall. Komm nach hinten. Mach auf, mach auf, mach auf. Mach auf, mach auf, mach auf. Ach nein, mach zu. Nice. Re-Wave, Re-Wave. Incent. Oh, der Mech kommt. Was? Pass auf. Nicht meins, ich weiß, ich weiß. Fünfziger. Hundert doch. Nice. Jonas kann ich nicht helfen grad. Ich bin drauf, ich bin drauf. Geh weg. Ich bin im Arsch, ich bin im Arsch. Ich kann nichts machen. Sechziger. Let's go. Ich bin davon sicher. Ich find ich in dir. Ich find ich in dir. Komm nach hinten, komm nach hinten. Ja, ja. Jetzt kommen wir mal rechts, das ist fully final. Ich bin direkt neben mir. Bau, 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 bau. Das ist gut. Ich bin einfach. Ja. Fangen wir im High. Fangen wir hier im Berg einfach. Dann fangen wir jetzt rein. Strain. Das war krank. Das war krank. Das war krank. Alter, bau, 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 bau. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ich hab keinen SMG-Money mehr. Wir müssen erhäten, wir müssen erhäten. Hab beide, hab beide, hab beide. Ein Strike. Voll, der Strike nach hinten. Ich hab 1000 SMG-Money, Digger. We had it here. Brafis, kannst du ein Spray? Das Strike, Brafis? Tristan? Bei dir, Jonas. Er hat es nochmal. Oh mein Gott, ich finde das nicht gut wieder. Oh mein! Aber ihr habt das ja bis uns, ihr habt das schon. Let's go. Das hast du. Geh einfach vor. Genau. Oh mein. Verkackt bei uns. Ja, weil du gegen die Karte gebaunt bist. Let's go. So Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Jetzt werden wieder so viel mehr Videos kommen. Ich versuche fast jetzt daily Videos abzuloaden, weil ich habe jetzt frei und kann jetzt richtig durchziehen. Also wenn ihr dabei sein wollt, gerne ein Abo auf diesem Kanal da lassen und jetzt sind wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. w wir Bis zum nächsten Mal.